Was geht aber bei mir, Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Diese Challenge ist zwar schon sehr, sehr alt und die gibt es auch auf meiner Festplatte jetzt schon, also Video-anteilmäßig, schon sehr, sehr lang. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem und zwar wollte ich das Video nie veröffentlichen, wenn es nie wirklich geklappt hat und bis jetzt hat es auch nicht wirklich geklappt, weil einfach aktuell sind in Fortnite einfach viel zu viele Schwitzer online, als dass man die Dance-Challenge machen kann. Und deswegen würde ich sagen, gibt es heute eher mal so ein Fail-Video, wenn ich mal wirklich einen krassen Dude gefunden habe, der das mitgemacht hat und währenddessen die Aufnahme auch gelaufen ist, ist es nämlich eh immer so eine Sache. Die besten Momente gibt es immer dann, wenn die Aufnahme aus ist. Auf jeden Fall, wenn es mal so eine Szene gibt, dann werdet ihr die auf jeden Fall noch sehen. Jetzt kommen auf jeden Fall mal die größeren Fails bis kleineren Dings, wo es funktioniert hat und ich würde sagen, labern wir nicht lange rum, schon starten direkt rein, also viel Spaß. Also dann dansen wir mal los, würde ich sagen. Ja, wir warten jetzt einfach mal, ob es Gegner kommt. Ich kann es in so ein Timelab reinmachen. Also halt zur Zeitraffer halt. War das gerade Schüsse? Hm. Zeitraffer. Hast du eine Fall? Nee. Hä, ich glaube so, ey, die Wacker, keine Wacker. Kannst du machen es hier? Hier geht's, Schie, Schie. Ich weiß, keiner hat es vielleicht, dass ich schon mal so falle. Der rennt weiter. Echt jetzt? Ja, ich glaube schon. Soll ich ernten. Wo ist der? Ach da. Wann hat der? Nein, schieß nicht, schieß nicht. Och nee. Verkackt, Mann. Nein, ich wollte ihn ernten. Nein, gar nicht. Ey, Mann, wieso schießen wir doch für ihn, Mann? Dann weiß er ganz genau, dass er uns abballern soll. Och, Mann. Er hätte uns das so oder so gekillt. Nein, hätte er nicht. Aber du musst ihn... Er hat uns safe nicht gekillt, Mann. Er tanzt mit. What? Als ob er mittanzt. Ja, jetzt killt er mich. Und da unten ist einer. Da ist ein Noob. Zumindest hat er einen Standard-Skin. Marschalter. Ja, moin. Da hat er mich gekriegt, weil er mich zuerst gehadet hatte. Come on. Und ich habe meinen Fehler gemacht. Ich habe zu schnell gekriegt. Wolltest du mich eigentlich noch gleich drin? Danke, dass du mich kurz die Aufnahme beenden lässt. Oh, Mann. Bitteschön, gäng. Oh, mein Gott. Ich habe gerade ein paar Typen gefunden. Die einfach mit mir dancen. Zumindest tun wir uns alle irgendwie nichts. Bin gespannt, worauf das rausläuft. Leute, ich bin gerade im Solo, okay? Ich kenne die ganzen Typen nicht. Nein, warum schießt der? Nicht schießen, Leute. Nicht schießen. Leute, hier ist ein Gnom. Geh ein bisschen auf die Seite. Wollen wir den gleichen Tanz machen? Hat der nicht. Hast du Groovy Gym oder Orange-Gerechtigkeit oder sowas? Nein, das ist die Gerechtigkeit. Okay, sollen wir aufhören kurz und den Lai anfangen? Ne, mach einfach. Auf der einen Seite ist egal, da pusht jemand, oder? Ja, wenn jemand hochkommt und dance, kann ich ihn locken, wenn ich auf eine Waffe. Jawoll, wow, toll. Hinter diesem braunen Dings ist jemand. Hast du sie gesehen? Als ob wir jetzt ungefähr gleich sind. Das war halt reiner Zufall. Wir sind nicht exakt gleich, aber ungefähr. Da hinten kommt jemand. Ah, der schießt. Ah, come on. Warum? Lack. Lack. Also ich hab Notfall-Zone-LMG im Inventory, ne? Ich hab ja auch. Scheiße und drei Stinkbomben. Ey, wir sind in der Zone. Ich hab keine Ahnung. Hier liegt alles rum. Ne, da vorne ist ein Medi. Da hinten ist die Kiste. Hier liegt noch irgendwas Blaues. Ja. Ich hab eine Stunde, ne, da vorne. Ich hab's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ich hab' das mal da. Dann ist das mal so ein bisschen. Sonst geht's nicht mehr. Maul, wo du dich mehr bewegst, dann sieht es nicht so aus, als ob du zu afkar rumstehst. Figi, Figi, Dance. Oh, was für ein Spieler? Ich habe keine Ahnung. Da ist einer, da ist einer, schießt er? Von hinten hat jemand anders angeschossen, er ist ins den Drift gegangen. Unten, Süden. Wir haben einen Danceer gefunden, Leute, Applaus! Jetzt bin ich gespannt, was er macht, Mann. Ich habe einen Mehdi, Moritz. Ja, doch. Ja. Er hat einen Ass. Er hat einen Ass? Ja. Wenn er uns jetzt zählt hat. Nein, nein, lass, nicht auf den Ziel, nicht auf den... Was tut er? Hä? Ass, äh, ich durche auch mal Ass machen. Ja, ich mache es auch schon, ja. Ich suche es nicht, ich finde es nicht. Äh, Tanzschritte heißen die. Einfach nur Tanzschritte? Ja. Hör mal auf. Kannst du bereit machen in 3? 2? 1? Also, ich habe ein bisschen Pump, Manni. Ich habe vier Schuss. Nee. Und warum genau bauen wir jetzt das Haus ab? Warte, ich mache es, was er macht. Ich will mit dem Team. Er muss unser Vertrauen gewinnen. Ei, ei, ei. Da hätte der aber einen Hit gegeben, Mann. Ja, ja, also egal. Ich bin ihm in seinen Spitzhack gerettet. Zeig ihm Ausrufezeichen. Nein, nein, nein. Ich bin in seinen Spitzhack gerettet. Ich bin in seinen Spitzhack gerettet. Ich bin in seinen Spitzhack gerettet. Er hat abgebaut und benutzt ihn reingesprungen. Boah, ist dabei jetzt sofort gemerkt. Ich bin doch gleich getanzt, dann. Okay. Sollten wir mit dem Team und wirklich die letzten 3 übrig sein, dann überlassen wir den, nimm dir, okay? Ja. Das wird ehrenfach sein. Warum brauchen wir fette Filter? Aus Langerweile. Nee, weil es der Mate macht. Keine Ahnung. Das ist irgendein Chrome oder so und wir... Ja, wahrscheinlich schon, Mann. Lauf, 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 lauf. Ich hab kein... Oh, der ist schon etwas länger. Der spielt schon etwas länger. Ja, ja, ja. Das ist aber... Den hast du ja bekommen, irgendwann. Ja, den bekommst du aber bei 11. Dann bekommst du nicht so schnell, wenn du kein Battle Pass hast. Der Herr, der spielt schon länger. Guck mal, wie er dran steht, Mann. Ja. Ich mein... Wie können wir ihm zeigen, dass er das haben kann? Mach mal Teamwork, mach mal Teamwork. Hat er echt nur das Ass, oder was? Ja, ich hab halt nur das Ass. Ich suche das gerade, aber ich fühle das gar nicht. Doch, doch. Nee, ich hab auch Teamwork. Mach Teamwork, das ist richtig geil. Geh. Dann lass ich die Pistel hier und nimm das Medium mit, ne? Okay, gut. Ich hab ihn legalisiert und auf V gibt's ein Ausrufezeichen. Ja, ich weiß. Ja, das benutze ich gerade mit dem Nachhof. Da vorne, oh, nee, da vorne, wo den Bäume gefällt. Ja, wir müssen diesen Typ beschützen, lieber alles. Ist so, Mann. Es leben nur noch 30 Leute. 29? Alla, ich, ich feiere den Typ jetzt so hart. Gut, aber ich spiele das Spiel noch nicht so lange. Ja, ich bin nicht mehr zu sicher. Wie, wie können wir die im Norden stricken, Alter? Äh, ich sagen, wir laufen um die rum. Ja, komm mal dritte in die Zone, 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 Zone. In den Wald. Komm, ich, ich. Komm in den Wald, okay? Ja, ich, ich versuche gerade hier hinzulaufen. Nee, weil der Typ ist immer noch hier. Komm, du, du, du. Ey, er ist in der Zone. Perfekt. Wo ist er? Ja, bei mir. Okay. Alter, der Typ ist Ehrenmann. Da vorne sind sie halt schon, ne? Nordwesten. Typ nicht weg, nein. Laufen hinterher ist egal. Nee, egal, das ist nicht. Der schießt auf was. Ja, der schießt auf die Typen dahinten. Nicht seine Ernste. Nein, wir können die nicht retten, stimmt. Shit. Willst du eine grüne Pump? Ja, würde ich gerne nehmen. Dann lass uns beide pushen, okay? Dann muss der Typ halt immer im Hintergrund bleiben. Ich muss ihm gerade signalisieren, dass wir vorgehend im Verlauf nicht so weit vor. Okay, er ist hinter mir. Was? Bro, das ist der Typ. Warum? Verstehst du nicht? Ich check's auch nicht, Alter. Was geht schief bei dem solchen Killen? Was war jetzt das für ein Move, Mann? Vorlesierung. ens in die chord du nicht so weit vor Geefort. Aber ich whetherleии T 구� one ces ja nicht so weit bei dir. ить Fund, der Typ ist eine Mom 2004. Von der에서. Bis zum nächsten Mal. Kein Laden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017